Den Oldtimern auf der Spur. Filmbike en Tour. Öfter mal anders losfahren und einsteigen. Galakram.tv Historische Momente, historische Kontakte. Worldwide. Anders abdrehen. Kontakte. Ja, wo ist sie denn, die Diplomaten-Tochter, mit ihrem Sohn? In der historischen Straßenbahn? Wer weiß. Guten Abend. Einmal Pizza, bitte. Bon voyage. Galakram.tv Öfters mal anders einsteigen. Mini-Bikes live. Catwalks live. Zu den Kontakten, zu den Investoren, Mäzenen, Sponsoren dieser Welt. Öfters an den Berg. Da geht die Sonne auf, mit dem Filmbike. Kontakten weltweit, wenn es im Courage geht. Filmbike.galakram.tv Insbesondere dann, wenn Sportler, leider, Sportler unfair werden. Und irgendwo Gründe suchen, künstlich erfinden. Zum Beispiel, zum Beispiel, muss man Gesicht zeigen. Aber das hat im Sport nichts zu suchen. Nach außen hin Sport zeigen und nach innen hin unfair leben. Wie geht das einher? Gar nicht. Da versucht man eben, weil man keine Zeit hat und Notfalldrehs macht, versucht man jemanden zusätzlich noch freizeitlich zu schädigen. Na dann, guten Abend. Mit dem Filmbike gibt es keinen Stau. Galakram.tv Immer weiter, immer weiter, immer weiter Gesicht zeigen. Denn es könnten ja Beispiele folgen, wie man sich wehren kann. Und dass dann die Täter unfairer Handlungen abnehmen statt zunehmen. Aufgepasst, Sportler. Niemals unfair sein. Man bleibt nicht sehr lange auf der Bühne. Filmbike. On Tour. Park in, find, come in and find out.